So, halle Freunde, hier ist wieder euer Frühstück von den wundervollen Containern in München sozusagen. Also wir haben hier natürlich diese Brombeeren aus Mexiko, dann haben wir hier diese Mistpillen, die muss man pellen. Manche Leute wissen nicht, wie man das isst, die musst du pellen. Peel it, cook it or forget it. Dann haben wir hier eine Papaya, das ist eine kleine, die Sorte heißt, sie nennen das Golden Papaya, aber in Wirklichkeit ist es die Sorte California, ich zeigte sie euch ja schon auf einer Plantage, wächst in 10 Tagen nach, also ein ganz schlichtes Frühstück mit den Orangen, der Banane, das alles gibt es immer in Hülle und Fülle und dazu gibt es dann hier eine ausgepresste, eine Orange, zwei Mandarinen, eine Limette, dann hier diese Tabs-Kaffee, ich tue den Tabs-Kaffee immer rein, ich erzähle mal was dazu, eigentlich dieses Patent mit den Tabs gibt es seit Jahrzehnten, kein Mensch wollte das haben bei Nestlé, dann hat Nestlé irgendwann angefangen, die Fünf-Sterne-Hotels zu beliefern und dann haben die Leute gedacht, oh, Nespresso-Kaffee aus Tabs, das ist Luxus und das wollen wir auch haben. Und erst durch diesen Trick, das er es den Fünf-Sterne-Hotels geschenkt hat, wurde das populär, weil das ist natürlich ein vollkommen bescheuertes System, du brauchst eine Maschine, du kannst nur diese einen Tabs verwenden und so weiter und dann zahlst du 80, 100. Das hier ist jetzt Jakobs, Jakobs macht den Quatsch natürlich auch mit, weil es ist ein Riesengeschäftsfeld, weil was kostet ein Kilo Kaffee normalerweise? Fünf Euro, sechs Euro und die verkaufen es jetzt für 60, 80 Euro, Nespresso, 120, 130, manche Sorten. Das hier ist ein veganes Sushi und ganz interessant, da brauche ich keine Sojasoße, nur so ein bisschen Dressing und so Zeug. Veganes Sushi, Obstsalat, heute ausnahmsweise mal keine Mango und ja, das ist, hier sind auch Nektarinen, das ist sehr ordinär, aber in Indonesien kostet ein Kilo Nektarinen, kostet fünf Euro und Weintrauben kosten zwölf Euro, Äpfel sechs Euro, also das ist wie so eine Krankheit der Markt- und Werbepsychologie, dass man immer das haben will, was die anderen nicht haben oder was selten ist und teuer. Also diese Vorstellung, was teuer ist, auch gut schmecken muss, also das teuerste asiatische, chinesische Menü, das ist immer schlabbrig und schmeckt nach gar nichts, so will darf ich verraten. Der Nachteil beim veganen Sushi ist, die Katzen mögen lieber das richtige Sushi, das wollte ich sagen. Und ja, mit diesem Vier- und Fünf-Sterne-Hotel ist auch so eine Sache, also an der Ostsee gibt es ja dieses in Hamburg, wenn man lebt, geht man zum Timmendorfer Strand und am Timmendorfer Strand, da ist ja das Maritim-Hotel, da habe ich mal diesen Roberto Blanco getroffen mit der neuen ukrainischen Liebe seines Lebens. Jessica, wir alle sind froh, dass Roberto sein Glück gefunden hat. Aber das Maritim ist sehr teuer und vor allem, es hat nur einen Nordstrand, der Timmendorfer Strand, darum gehe ich da lieber ein bisschen nördlich nach Scharbeutz. Und da ist ein wunderschönes Hotel, die haben auch einen eigenen Pool. Der Unterschied zwischen Vier- und Fünf-Sterne ist manchmal nur der Swimmingpool. Und mich hat es gewundert, dass sie keinen Upgrade auf Fünf-Sterne hatten, aber die hatten keine Klimaanlagen in den Zimmern, weil in Norddeutschland, da hat man noch so die Einstellung, lieber den Magen verrenkt als dem Wirt was geschenkt. Und wenn die Klimaanlagen einbauen bei unseren Strompreisen, die Leute gehen rein, drehen sie volle Kanne auf, lassen sie Tag und Nacht laufen und dann ist man ruiniert oder zahlt 100 Euro mehr. Also das sind die falschen Werte, die vermittelt werden, die zu falschen Verhaltensweisen führen. Zum Beispiel Orangenmandarinen, die werden immer in Netzen verkauft, Limetten. Eine Limette ist braun, in der Vierer-Packung müssen alle drei wie auf der Galere dran glauben. Schlimmer, Mandarinen. Eine Mandarine ist schlecht, 20 Mandarinen. Gehen über den Jordan. Orangen genauso, die feinsten, teuersten Orangen, eine im Netz. Und diese Netze sind alle aus Plastik und so. Die türkischen Obsthändler sind schlau, die machen die Netze einfach auf und hauen die hässliche Mandarine weg und alle anderen werden dann verkauft. Ist halt Selbstbedienung, man sucht sich die Sachen selber raus. Aber das geht vielen ja nicht. Schnell, schnell genug, einfach Netz, zack, schnappen weg. Und keine Zeit, Mittagspause und so. Darauf sind die deutschen Supermärkte ausgelegt. Und wenn wir alle uns ein bisschen mehr Zeit nehmen würden, ein bisschen mehr Respekt vor dem Essen hätten und so, dann wäre alles gut, wirklich wahr. Und ich bin ja bald in Antalya. Vielleicht treffe ich ja Attila Hildmann dort und so. Sehr schön. Fünf bis zehn Gehminuten von der Haustür und dann falle ich ins Meer. Ja, also Aufzug kann ich nicht mit einkalkulieren. Vielleicht bin ich sportlich und gehe mal die Treppen runter und so. Ja, und das Interessante an dieser Nahrungskrise oder wenn alles sehr, sehr teuer ist, ist natürlich der, dass betriebswirtschaftlich, je höher der optimale Preis ist, umso geringer ist die Menge. Umso geringer die Menge ist, weil alles so teuer geworden ist, umso mehr landet sozusagen im Lager für unverkäufliche Waren und umso mehr kriege ich dann. Und ich sage euch eins, solange es immer noch Knallköpfe gibt, die also für ein Kilo Hühnerfleisch bei Alnatura 40 Euro zahlen und so, solange geht der Spaß hier ewig weiter. Ich sage es euch, das wird eher noch schlimmer werden, weil die Wahrheit ist natürlich auch, es ist zu viel Geld im Umlauf, die Menschen haben zu viel Geld und so weiter. Und vor allem, es gab mal eine Untersuchung, die ist zum Ergebnis gekommen, dass das Glück durch monatliches Gehalt eigentlich nicht mehr steigerbar ist, ab 2.200 Euro Taschengeld. Also das war damals, wahrscheinlich ist es jetzt 2.800, inflationsbereinigt. Aber das bedeutet, wir Menschen, das, was man uns erzählt hat, dass wir unbegrenzte Bedürfnisse hätten, das stimmt überhaupt nicht. Der Mensch, das Glück beim monatlichen Gehalt, ist im Prinzip bei 2.200, 2.600 Euro Taschengeld erreicht. Und ich meine, was können wir machen? Wir können ja nicht unendlich viel essen und so. Der Preis für Früchte irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Und das ist genau der Designfehler. Man geht immer in der Betriebswirtschaft von unbegrenzten Bedürfnissen aus. In Wirklichkeit sind wir alle sehr genügsam und sehr normal. Und das, was wir eigentlich sind, das versucht uns die Markt- und Werbepsychologie abzutrainieren. Das heißt, wenn wir es schaffen, diese Manipulation durch die Werbung, unser Neoliberalismus, wenn wir das alles abschaffen, dann könnten wir alle paradiesisch leben. Wir müssen alle nur drei, vier Stunden am Tag arbeiten, weil es wird ja hier die Hälfte aller Lebensmittel, oder um genau zu sein, 40 Prozent wird tatsächlich beim Einzelhandel schon weggeschmissen. Zu Hause, da wird auch noch massig weggeschmissen. Und wenn wir weniger produzieren, dann müssten wir alle auch viel weniger arbeiten. Wir arbeiten für irgendwelche Funktionsfunktionen, Produktionsfunktionen, die auch noch alle falsch sind. Denn der größte Fehler der ganzen Produktionsfunktionen ist der, dass wir die ganzen weggeworfenen Lebensmittel, das ist eigentlich ein negativer externer Effekt. Weil alles, was wir hier sehen, wurde durch Schützzölle und Arbeitsmaßnahmen und Kultivierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft über die Europäische Union finanziert. Die gesamte Mehrwertsteuer finanziert die Europäische Union. Die Europäische Union finanziert die Produktion von Lebensmitteln. Und wir schmeißen sie weg. Die Öffentlichkeit hat für alles, was weggeschmissen ist, bereits bezahlt. Dieses ruinöse System der Subvention muss weg. Sogar Putin hat es erwähnt. Er ist nicht schuld an den hohen Lebensmittelpreisen, sondern die westliche Politik der Europäischen Union. Und ja, hört mal auf Putin. Der hat dieses Thema hier mit den teuren Lebensmitteln angesprochen und der Europäischen Union. Wir brauchen die Europäische Union nicht. Die ganze Subventionierung der Landwirtschaft und Kulturlandschaft ist kompletter Blödsinn. Ist Protektionismus, das ist überholt. Und wir machen uns die Welt zur Hölle. Und ja, das wollte ich euch sagen. Guten Appetit.